Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf a. Meinungsfreiheit b. Gleichbehandlung c. Versammlungsfreiheit d. Freizügigkeit Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad. Schwimmbad in Deutschland, für Almanya. Zweiheiten Beide haben eine dunkle Hautfarbe. dunkle Ramek und Hautfarbe ist ein glatt. Hautfarbe ist glatt. Und haut hier ist die Haut. Also, zwei sind ganz grömmel. Es ist eine Schwere, dass sie nicht mit der Allmöien sind. Da ist es ein Schwere. Sie können sich nicht mit dem Schwere bewegen. Sie werden deshalb nicht hinein lassen. Sie werden nicht in den Schwere bewegen. Also, gibt es ein Schwere, wenn sie ein Schwere werden, Sie werden nach dem Schwere bewegen. Sie werden nicht in den Schwere bewegen. welches recht, أي حق wird, je tüm, in dieser Situation, في هذه الحالة die Situation, الحال felitzt. Fahl felitzen بمعنى الماد دي هو يجرح أو يؤذي Ich هو الحق الذي تم, يعني في هذه الحالة لم يتم تطبيقه أو تم نقضه أو تم تجاوزه Das recht auf الحق B Meinungsfreiheit وهي الكلمة معدية معنا كتير ist dessa wieder aber ein Dank travail Die Gesundheit ist importantes Drloin ist das GleichBehandlung los beiden Behandlungadic das Gleiche aufh dispositiv Geosium der好不好 Es ist wichtig ist Die leave Consultungen zwischen dieнож cetera j deduct von Europa Das ist der Grund, wenn du an den Behandeln mit einem Gebäden bist, weil du nicht deinem Gebäden bist, weil du bist der Familie, oder der Scherrk-Aussef oder der Afrikant ist, oder was da drin ist, dann wird das eine Verhältnis. Und das ist das, was der Behandlung ist, ist das Verhältnis. Und das ist der Antwort. Die Antwort ist der Verhältnis. Wir haben die Verhältnis und die Verhältnisse ist der Verhältnis. die Fersämlung. Fersämlung ist Fersämlung. Obher war die Rohrliche was untertitelt. Der Kohlenburg ist die Nutzung. Geheimnis des Fersämähn. Es ist ein Geheimnis im Friedrichreich, die Erslandszügeste eine freie. Das ist glaube ich, wenn man nicht Quer ihr könnt, keine Mädennis zu finden in einem Geburt. Auf dem Weg zum Schwieren, die Demokratie. Es ist geheimnis, Es gibt keine Sprache, aber es gibt keine Sprache, aber es gibt keine Sprache. Das ist auch ein Thema. Also, das ist das Recht, das Recht wurde, in dieser Situation, ist das Recht der Menschen. Die Menschen, dass alle Menschen in der Welt kommen, dass sie auf den Räumen leben können. Ich wünsche euch das Schöne und die Erklärung und die Erklärung sein. Ich wünsche euch das Gespräch und die Erklärung auf die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen die Erklärung und die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen und bis zum nächsten Mal.